Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Wie gefällt dir unser Bild? Ist es nach deinem Geschmack? So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich glaube, ich war angezogen. Ich bin sogar sicher. Und einige andere Sachen stimmen auch nicht. Ich habe dich noch viel schmeichelhafter dargestellt. Das Gemälde hat bereits das Interesse eines großen Publikums erregt. Das sehe ich. Jedenfalls rate ich dir für die Zukunft, deine Modelle über deine Absichten zu informieren. Das nächste Modell ist vielleicht nicht so tolerant. Es gefällt dir nicht. Der Schmerz. Vielleicht willst du das Bild kaufen. Für dich trenne ich mich davon. Zu einem Sonderpreis. Warum nicht? Ist ein interessantes Andenken. Wenn auch kein Schnäppchen. Tja, es gibt nicht viele, die meine Technik zu würdigen wissen. Darum hungere ich bisweilen. Hm. Na schön. Wenigstens kann ich so bestimmen, wer es sieht. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020